Die Kajos kommen noch einmal wieder zurück, die Kajos sind noch einmal wieder dabei, beide scheinen sich hier nicht wirklich mit Felmstein Audi anlegen zu wollen, Qualmstein auch bei dem Kajos ist in guten Rimmel. Neue Kajos, das Föhn in Ebel, ein Föhn, kann nötig, kann nötig, kann nötig, aber er ist draußen, der Wagen von den Kajos ist draußen, kann manche Jämmern den Wagen von dem Blutex rausschieben, kann er hier den Wagen von dem Blutex, der ein bisschen größte große Fahrzeuge, der kann schon anhängen, aber das wird nicht reichen, da wird ein bisschen Schmutz. Also, die Kajos sind noch eine andere andere, aber er kann, wenn er mit dem Blutex zu schätzen, überwichtig, dass Föhn aus dem Blutexzeug schäuert, dann kann er auch mit einander knabeln, aber er kann nötig, dass der Wagen von dem Blutex zu schätzen, Und auch vom Gewicht her, erneut, okay, da kommt er jetzt wieder ins Gang eingelegt und man muss aufpassen, dass er Ihnen keine Angriffsfläche bietet, das ist auf jeden Fall, das ist klar. Noch einmal eine Raffel und er reicht die Richterin, der Matthäer war, es ist schwer, gegen dieses Fahrzeug anzukommen, der hier jetzt seine Runde zieht. Das ist unsere Frage, die Zutauern, die zurückkarte hier in der Kurve, mit nur einem Anzug, das ist einfach, das ist ein Wiesel, es gibt es vielleicht, und er hat ihn gewiss, vielen Applaus für die Herzbohrbande, aber es hat nicht gereicht, er winkt ab, er winkt ab, er, Platz 2 für die Herzbohrbande, im Verlichtungsfeld in der offenen Klasse, 101 für die BlueTank Zone, und der Hauptstadtsteuer stark aufwöhnt.